Das Erdenleben kann eine beschwerliche Reise sein, doch das Ziel ist wahrhaft herrlich. Christus hat das seinen Jüngern gegenüber so ausgedrückt. Dies habe ich zu euch gesagt, damit ihr Frieden habt. In der Welt seid ihr ein Bedrängnis, aber habt Mut. Ich habe die Welt besiegt. Ich verfolge heute Nachmittag zwei Ziele. Zuerst möchte ich mich mit einigen Stolpersteinen, was den Glauben betrifft, befassen. Zweitens möchte ich beschreiben, inwiefern der Plan unseres Vaters weit genug für alle Kinder Gottes ist. In den letzten zwei Jahren hat die Diskussion über unseren Glauben in den Vereinigten Staaten und in der ganzen Welt drastisch zugenommen. Das ist nichts Neues. Es ist in der Geschichte der Kirche immer wieder vorgekommen. 1863 ging Charles Dickens, der englische Schriftsteller, an Bord des Passagierschiffs Amazon, das nach New York ausrief. Er wollte über die bekehrten Heiligen der letzten Tage berichten, die auswanderten, um im Westen Amerikas die Kirche aufzubauen. Tausende Bekehrte waren bereits ausgewandert, und vor allem in den britischen Medien war viel über sie und ihren Glauben geschrieben worden. Das meiste davon war unerquicklich. Ich ging an Bord ihres Schiffes, schrieb Dickens, um Zeugnis gegen sie abzulegen, falls sie es verdienten, und ich war reichlich überzeugt, dass dem so sei. Zu meinem großen Erstaunen verdienten sie es nicht. Nachdem Dickens sich unter die Bekehrten gemischt und sie beobachtet hatte, war er von ihnen beeindruckt und beschrieb sie, von denen die meisten der Arbeiterklasse angehörten, als die besten und feinsten ihrer Klasse in England. Hinsichtlich der Kirche hat es zwei gegensätzliche Arten von Berichten gegeben. Einerseits wurde über Rechtschaffende, Mitglieder und ihre Lebensweise im Allgemeinen wohlwollend berichtet. Wer Heilige der letzten Tage persönlich kennt oder die Gelegenheit hat, sie aus der Nähe zu beobachten, hat die gleiche Meinung, die Charles Dickens vor über 150 Jahren niederschrieb. Aufgrund der erbaulichen Lehre von der Wiederherstellung sind die Mitglieder glücklich im Evangelium und finden Freude und Erfüllung in der Kirche. Man betrachtet uns mit Wohlwollen, wenn wir die Lehren des wiederhergestellten Evangeliums Jesu Christi leben. Wenn Mitglieder diese Lehren nicht leben, kann das ein Stolperstein für diejenigen sein, die nicht der Kirche angehören. Im Gegensatz zu vorteilhaften Berichten über rechtschaffende Mitglieder waren Darstellungen über die Kirche und ihre Lehren oft falsch, unfair und grob. Man muss natürlich wissen, dass einige Beschreibungen des Christentums im Allgemeinen nicht weniger grob waren. Diese Einstellung unserer Lehre gegenüber überrascht nicht. Im Lehre und Bündnisse hat der Herr darauf hingewiesen, dass einige ihre Stimme erheben und Gott fluchen und einige ihr Herz von ihm abwenden würden, wegen der Weisung von Menschen. Neueste Anzeigen in London zeigen die Polarisierung, die in Bezug auf Religion allgemein besteht. Einige Atheisten, Agnostiker und Ungläubige scheuten keine Kosten, um auf roten Doppeldeckerbussen in London groß zu plakatieren, wahrscheinlich gibt es keinen Gott, zerbrechen sie sich also nicht weiter den Kopf darüber, sondern genießen sie ihr Leben. Gegen Anzeigen von Christenversicherten, ganz bestimmt gibt es einen Gott. Diese Aussage wurden erhebt, erbauliche Botschaften beigefügt. Nicht-Gläubigen fällt es schwer, die Wunder des Alten und des Neuen Testaments und die jungfräuliche Geburt und die Auferstehung zu akzeptieren. Sie betrachten diese Ereignisse mit derselben Skepsis wie das Erscheinen Gottvaters und Jesu Christi beim Propheten Joseph Smith. Gegenüber der Möglichkeit eines himmlischen Plans, über den ein höheres Wesen waltet, sind sie nicht offen. Sie haben keinen Glauben. Ich sorge mich vor allem um die achtbaren Menschen auf der Erde, die für den Glauben offen, aber durch falsche Lehre entmutigt oder verwirrt sind. Hinsichtlich der Lehre beispielsweise, dass es noch immer Offenbarungen gibt, sind einige sehr gute Menschen überzeugt, dass die Kirche nicht wahr sein kann, weil sie gelernt haben und daher glauben, dass die Himmel verschlossen sind und dass es keine weiteren Offenbarungen, Heiligen Schriften und Verkündigungen vom Himmel geben wird. Ich möchte betonen, dass diese weit verbreitete Ansicht zwar nicht der Heiligen Schrift entspricht, jedoch für einige ein Stolperstein ist. In einem neuen Bestseller verwendet der Autor als Vergleichsgrundlage die interessante Tatsache, dass jahrhundertelang alle Europäer glaubten, alle Schwäne seien weiß. Erst nach der Entdeckung Australiens fand man Schwäne mit einer anderen Farbe. Der Autor verwendet diese Analogie, um Ereignisse zu erklären, die tatsächlich stattgefunden haben, mit denen man aber nicht gerechnet hat. Als ich über diese Analogie nachdachte, wurde mir klar, dass viele Menschen es abgelehnt haben, die Kirche ernsthaft zu untersuchen, weil sie glaubten, dass es in dieser Evangeliumszeit keine Offenbarungen mehr geben kann. Ein Bekehrter, der jetzt als Missionspräsident dient, beschreibt, welche Mühe er damit hatte, als er die Kirche untersuchte. Er sagt, mein ganzes Leben lang wurde mir beigebracht, dass es nie wieder Propheten und Apostel hier auf Erden geben würde. Also war es ein großer Stolperstein, Joseph Smith als Propheten zu akzeptieren. Als er jedoch betete, so erzählte er, er hielt sich ein Zeugnis, dass das Evangelium tatsächlich auf der Erde wiederhergestellt worden war und dass Joseph Smith wirklich ein Prophet Gottes war. Für viele dieser Menschen, die für den Glauben offen sind, ist ein Thema besonders beunruhigend. Es fällt ihnen schwer, die richtige Lehre, dass wir einen liebevollen himmlischen Vater haben, und die falsche Lehre, dass die meisten Menschen in die ewige Hölle verdammt würden, miteinander in Einklang zu bringen. Das machte meinem Ururgroßvater Phineas Orkut Cook zu schaffen. Er wurde 1820 in Connecticut geboren. In seinem Tagebuch vermerkte er, dass er dem Herrn gelobt hatte, ihm zu dienen, wenn er den richtigen Weg finden könne. Er besuchte viele Kirchen, in einer wurde er aufgefordert, Zeugnis zu geben, sich der Kirche anzuschließen, ein Christ zu sein. Er fand, dass er nicht sagen könne, welche er sich anschließen solle, da es so viele gab. Eine Lehre hat es ihm besonders angetan. Er berichtet, Manchmal beanstand hat man an mir, dass ich eine großzügige Rettung für die Menschheit verlangte. Ich konnte nicht glauben, dass der Herr einen Teil erschaffen hatte, der errettet werden, und einen großen Teil, der in alle Ewigkeit verdammt werden sollte. Aufgrund dieser Lehre trat er aus einer protestantischen Kirche aus. Als Missionare der Heiligen der ersten Tage im 1844 die wahre Lehre vom Erlösungsplan nahe brachten, ließ er sich taufen. Den Glauben an die liebevolle Barmherzigkeit des Herrn und an seinen Plan des Glücklichseins hatte mein Großvater mit vielen achtbaren Männern und Frauen gemeinsam, auch wenn die Lehren ihrer eigenen Kirche ausgesprochen trostlos waren. Der anglikanische Geistliche und Altphiologe Frederick Farrer, Autor des Buches »Das Leben Jesu«, beklagte in Vorlesungen in der Westminster Abbey, dass die üblichen Lehren der protestantischen Kirchen in Bezug auf die Hölle falsch seien. Er behauptete, eine Definition der Hölle, zu der endlose Qual und ewige Verdammnis gehören, sei das Ergebnis von Übersetzungsfehlern aus dem Hebräischen und Griechischen ins Englisch der King James-Fassung der Bibel. Farrer führte auch den Umstand, dass sich überall in der Bibel überwiegend ein liebevoller Vater im Himmel kundtut, als Beweis dafür an, dass die Definitionen von Hölle und Verdammnis, wie sie in der englischen Übersetzung verwendet werden, falsch seien. Lord Tennyson brachte in seinem Gedicht »Im Memoriam« zum Ausdruck, was sein Herz bewegte. Zuerst wies er darauf hin, dass wir darauf vertrauen, dass irgendwie das Gute, die Folge, alles Bösen ist. Dann sagte er, dass nichts ohne Sinn geschieht, dass nicht ein Leben vernichtet oder wie Schlacke in die Hölle geworfen wird, wenn Gott die Halde vollendet hat. In der Zeit, als Joseph Smith Offenbarungen umfing und die Kirche gründete, lehrte die überwiegende Mehrheit der Kirchen, dass das Sühnopfer Jesu Christi, dem größten Teil der Menschheit, keine Errettung bringen würde. Verbreitet war die Vorstellung, dass einige wenige errettet und die überwältigende Mehrheit zu endloser Qual von schrecklichstem und unsäglichstem Ausmaß verdammt werden würden. Die herrliche Lehre, die dem Propheten Joseph Smith Offenbart wurde, enthüllte uns einen Erlösungsplan, der für alle Menschen gültig ist, einschließlich derer, die in diesem Leben nicht von Christus erfahren, kleiner Kinder, die sterben, bevor sie das Alter der Verantwortlichkeit erreichen, und derer, die kein Verständnis haben. Nach dem Tod lebt der rechtschaffende Geist einstweilig in einem Zustand, der Paradies genannt wird. Alma der Jüngere erklärt, das Paradies sei ein Zustand der Ruhe. Ein Zustand des Friedens, wo der Rechtschaffende von all seinen Beunruhigungen und von allem Kummer und aller Sorge ausruhen wird. Der unredliche Geist verweilt im Gefängnis der Geister, das manchmal als Hölle bezeichnet wird. Es wird als schrecklicher Ort beschrieben, als dunkler Ort, wo diejenigen, die den Unwillen göttlichen Grimms fürchten, bis zur Auferstehung bleiben werden. Dank des Sühnopfers Jesu Christi werden letztlich jedoch alle Geister, die je als irdischer Mensch geboren wurden, auferstehen. Geist und Körper werden wiedervereint und ererben Reiche der Herrlichkeit, die unser Dasein auf dieser Erde übertreffen. Die Ausnahmen beschränken sich auf diejenigen, die sich, wie der Satan und seine Engel, vorsätzlich gegen Gott auflehnen. Bei der Auferstehung wird das Gefängnis der Geister oder die Hölle die gefangenen Geister freigeben. Jesus kam in die Welt, um für die Welt gekreuzigt zu werden und um die Sünden der Welt zu tragen und um die Welt zu heiligen und um sie von allem Unrecht zu säubern. Der Erretter hat gesagt, euer Herz lasse sich nicht verwirren. Im Haus meines Vaters gibt es viele Wohnungen. Ich gehe, um einen Platz für euch vorzubereiten. Eine kurze Zusammenfassung wird im Buch Mose gegeben. Denn siehe, dies ist mein Werk und meine Herrlichkeit, die Unsterblichkeit und das ewige Leben des Menschen zustande zu bringen. Nach allem, was der Erretter für die Menschheit gelitten hat, überrascht es nicht, dass er bei der ersten Vision, als er von den bestehenden Kirchen sprach, Joseph anwies, sich keiner von ihnen anzuschließen, denn sie seien alle im Unrecht. Anschließend leitete der Erretter die Wiederherstellung seiner wahren Lehre ein, was den Erlösungsplan und andere errettende Grundsätze wie die Lehre von Christus betrifft. Die Unterschiede zwischen unserer Lehre und anderen christlichen Religionen sind zwar wichtig, unsere Einstellung zu anderen Kirchen ist jedoch von jeher, dass wir keine Kritik üben. Sie tun viel Gutes. Sie sind der Menschheit ein Segen. Viele helfen ihren Mitgliedern, den Erretter und seine Lehren kennenzulernen. Eine Reporterin der Washington Post besuchte eine unserer Versammlungen in Nigeria. Sie interviewte ein neues Mitglied und berichtete von seiner Kirchen. Sie schrieb, er sagte, er sprang aus dem Stadtbus und ging in das Gebäude der Kirche. Was er dort im Gemeindehaus hörte, gefiel ihm sofort, vor allem, dass niemand predigte, Andersgläubige kämen in die Hölle. Das gibt die Empfindungen zahlreicher Menschen wieder, die sich der Kirche seit ihrer Gründung angeschlossen haben. Unsere Führer haben uns übereinstimmend geraten, denen mit Achtung und Wertschätzung zu begegnen, die nicht unseres Glaubens sind. Es besteht großer Bedarf an Höflichkeit und gegenseitiger Achtung unter Menschen verschiedener Glaubens und unterschiedlicher Weltanschauungen. Ebenso wichtig ist es, dass wir liebevoll und freundlich zu Mitgliedern unserer eigenen Kirche sind, unabhängig davon, wie engagiert oder aktiv sie sind. Der Erretter hat klargemacht, dass wir einander nicht richten dürfen. Das trifft besonders auf Mitglieder unserer eigenen Familie zu. Wir sind verpflichtet, zu lieben und zu lehren und nie aufzugeben. Der Herr hat die Errettung allen Menschen frei gewährt, hat aber seinem Volk geboten, dass sie alle Menschen zur Umkehr bewegen. Unser Herzenswund ist natürlich nicht nur, Errettung und Unsterblichkeit zu erlangen, sondern auch ewiges Leben mit unserer Familie im zelestialen Reich bei einem liebevollen Vater im Himmel und unserem Retter. Ewiges Leben können wir nur durch Gehorsam gegenüber den Gesetzen und Verordnungen des Evangeliums erlangen. Diese ersten europäischen Bekehrten, die Dickens an Bord der Amazon traf, hatten viele Stolpersteine überwunden. Sie hatten ein Zeugnis, dass Offenbarungen vom Himmel herabkommen und dass wieder Propheten und Apostel auf der Erde sind. Sie hatten Glauben an das wiederhergestellte Evangelium Jesu Christi. Ihnen war bewusst geworden, welch hohes Ziel auf sie wartete. Sie fürchteten sich nicht vor der beschwerlichen Reise, die sie auf sich nahmen. Und ihr Endziel war eigentlich nicht das Salzseetal. Ihr wahres Ziel, nachdem sie dieses Leben treu getragen hatten, war das Paradies, gefolgt von der Erhöhung im zelestialen Reich. Darum singen die Heiligen der letzten Tage dann und wann voller Glauben und Hoffnung, die letzte Strophe des Liedes, Kommt, Heilge, Kommt! Und trifft uns tot, bevor wir sind am Ziel, Tag des Heils, nicht geweint. Dann sind wir frei, der Erden sorgen viel, mit dem Herrn ganz vereint. Ein liebevoller Vater hat einen umfassenden und barmherzigen Plan für all seine Kinder vorbereitet, der die Lebenden errettet, die Toten erlöst, die Verdammten befreit und all die verherrlicht, die umkehren. Auch wenn unsere Reise voller Drangsal sein mag, ist das Ziel wahrhaft herrlich. Ich erfreue mich am großen Erlösungsplan, der für alle Kinder des Vaters im Himmel weit genug ist. Mir fehlen die Worte, um meinen Dank für das Sühnopfer Jesu Christi auszudrücken. Ich gebe Zeugnis von ihm. Im Namen Jesu Christi. Amen.